hi freunde und herzlich willkommen hier bei archi gaming floh wird am start heute gibt es eine weitere squadman challenge einige spcs die heute anstehen und zwar haben heute zwei neue spcs wir haben die 82 plus spielerwahl spc und außerdem haben wir eine 71 87 upgrade spc aber auch eine neue spieler spc diesmal die nation holland die niederlande dran und da war am start mit einer high rated nation karte so wie wir gestern beispielsweise auch bad juay an samstag hatten heute upgrade spc time 82 plus spielerwahl das erste mal dass sie rauskommt und sie ist relativ teuer wir haben in 81 graden squad mit relativ viel team schmie und zwar insgesamt 70 team spiel schreibt mir gerne mal eure meinung dazu rein runter die kommentare bevor wir rein starten uns in die preview packs quasi damit rein starten könnt ihr gerne das video supporten mit einem fetten daumen nach oben falls ihr morgen bock habt auf ein separates video und zwar zu den 82 plus player picks dann zerstört ordentlich den like button jungs ihr wisst bescheid support ist kein mord rein der likes will wer jetzt hier raus lasst liebe da und ich würde sagen wir gehen erst mal rein in den shop jungs eigens sind auch rausgekommen maradona relativ teuer und wir haben terrierie schreibt mir dazu natürlich gerne auch unter reihen eure meinung dazu in die kommentare so hier sind noch 40 stunden drauf und ihr wisst bescheid pro pack sind wieder da und wir starten rein mit dem 25k set und gucken mal was dabei rum kommt schreibt mir eure meinung rein ihr könnt auf kostenfreie basis natürlich gerne ein abo da lassen ihr wisst bescheid support ist kein mord auf dem weg zu den 50.000 abonnenten 83er montandar wird es jetzt hier das werden wir nicht kaufen prime gold spieler pack next one das mit den preview packs wird auch immer reingeschrieben ist jetzt noch in der festival auf football promos und da ist der walkout oh normal walkout italien stürmer wir checken kurz ab wenn da noch ein zweiter walkout hinter ist aber 45k für einen immobile da sind wir glaube ich sehr sehr weit entfernt jahr 20k 19k ungefähr aber dahinter ein goss jetzt wenn da natürlich mehr auf dem match zwei jungs gestern deutschland mega gespielt schade aber werde ich wahrscheinlich auch nicht so kaufen wenn wir leider kein plus mit machen das heißt wir gehen einen schritt weiter wir gucken mal gerade in objective songs haben wir gar nicht reingeguckt ist da irgendwas neues am start ich aktualisier kurz mal ich denke mal nicht gucken wir noch in den meilensteinen einmal rein da sieht es auch nichts nach nichts neuem aus nein ok das heißt wir können rein starten zu den sbc und jetzt geht es richtig los und ich sage es euch jetzt geht es richtig los wir haben einmal die niederlande landesspieler spc wieder ein segment ich persönlich habe gestern schon gesagt jungs anstatt bat schuai ich feiere so diese schweden geschichte viel eher mit drei spielern die da am start sind sage ich euch ganz ganz ehrlich aber wer weiß vielleicht ist ja auch nicht zu teuer vier tage zeit baue dein niederlande team mit diesem hatte bürger halt besser auf vier stände vier stände mittel mittel haben wir und dann 3 und 19 richtig gute karte richtig gut richtig guter ronda das ist mehr als ein rm nur sehr sehr wie groß ist der gute mann 185 weiter einwurf wenn die wenn ihr preis stimmt jungs 86er grader das quad mit 55 team schmied nur so ein bisschen 50 50 ding oder was kostet er 100 110 k vielleicht 110 115 k also jungs ganz ehrlich wenn ihr serie a hollands kommt irgendwie sowas habt ist das definitiv eine option ihr müsst selber entscheiden je nachdem wie es bei euch im verein aussieht aber dazu sage ich erstmal nicht nein wir haben natürlich auch der tageschallenge am start gucken uns aber nicht an wir wollen uns jetzt hier noch die 82 plus geschichte einmal geben vier tage ist die da wiederholbar drei player picks 82 oder höher wie gesagt wenn ihr bock habt morgen separates video und dann haben wir die 81 und 87er die ist natürlich zum grinden generell gut auch zu eiken spcs in bezug auf ff karten passt glory karten gibt es dann leider nichts zu ziehen aber jetzt sind wir bei den icons terry auch die und maradona sind heute als neue moments karten rausgekommen wir haben terry ori relativ nice bronze silber 81er win squad 84er 87er 85er 88er 89er und das war's für einen vier sterne vier stände richtig heißen terry ori vier sterne vier stände hochmittel arbeitsraten richtig coole geschichte meiner meinung nach und dann kommt ein maradona um die ecke jungs sie hätten auf ehre eigentlich schon nicht unbedingt 17 segmente reinhauen müssen klar ist auch eine mega op karte fünf sterne drei sternen schwache fuß aber immer nur das ist so ein bisschen anführungsstrichen schlecht 165 cm groß hochmittelarbeiter zu raten und dann haben wir ja die krone schlechthin mit 80 ausdauer 17 segmenten jungs sorry aber für 91 tage drei monate haben wir zeit dafür dann ist e fifa wieder am ende bronze silber 83er 84 86er 85er noch ein 86er noch ein 6 3 86er wir haben 3 87er greatest quads wir haben 3 88er und als wäre das nicht noch genug noch 3 89er obendrauf jungs also sorry äh bitte was bitte was ist hier los also preis ist nach kurzer 19 noch nicht da da müssen wir mal abwarten aber ey jungs da kaufe ich den lieber auf dem transfermarkt äh da wird das safe noch billiger sein nein die spc ist komplette katastrophe da müssen wir nicht drüber reden wir haben ungefähr 10k für die 82 plus geschichte da werden wir jetzt mal eine kurz abschließen ihr kommt natürlich wenn ihr schon welche gemacht hat von den player picks gerne rein und dann youtube kommentare schreiben was habt ihr gezogen 70 team schmie könnte etwas tricky werden jungs könnte etwas tricky werden 83 haben wir echt viele haben gar nicht mehr so viele 81er jungs müssen ein paar 83 mitnehmen und deshalb gucken wir mal eben rein die liegt sieht schon mal nicht schlecht aus mit franzosen 83 93 Piet Bakke hier ein player und oben hatten wir auch noch ein entwickelt Manchester 4 und oben hatten wir auch noch minırd beispielsweise das sieht schon mal nicht schlecht aus ich würde sagen wir sehen uns hier gleich wieder und ich fülle das ganze eben aus was ist mit minachel 80er es ist mit meinem öHEASIL wir gucken mal mood sie reicht 80er nicht das ist schon heftig würde sie würde reichen jungs wir sind durch, viele Franzosen sind am Start, Untrade Areola, ihr seht Münzen, Erstbesitzer, Untrade, tauschbar ja, nein, wir gehen das Ganze kurz einmal durch so, dann gucken wir mal rein, 82 plus Player Pick, ich bin sehr, sehr gespannt was die denn so hergeben, wir müssen bedenken Jungs, wir haben noch abgestoßen, holen wir je nachdem zurück innerhalb der nächsten 7 Tage einen Nabri, weil wir ihn schon im Verein haben, insofern er darf es nicht werden, aber natürlich gerne Pass to Glory, also 3, 2, 1 let's go, gucken wir mal rein im ersten mit dem 83er Matuidi, lohnt sich das dann, lohnt sich das Jungs, oder warten wir, ob morgen noch was kommt, ich weiß es nicht Jungs, ich weiß es nicht, was ist eure Meinung, lohnt es sich oder nicht gucken wir mal rein hätte ich gestern nicht alle guten Spieler in die SBC gesteckt hätte ich, hatte Boa heute gemacht, schreibt schon alle rein die SBC ist okay wann kommen Iconsports, wird immer gefragt und so weiter und so fort, heftig Maradona mega teuer, so sieht es aus 82 Plus Spieler war lächerlich und überteuert, so viel hohe Chemie also die Meinungen gehen auseinander, Maradona ist so teuer save 3 Millionen plus mache es safe, keine Upgrade SBCs bei den 81 Plus brauchen wir nur 5 seltene mit 30 Team Schmie ja Jungs, das ist halt die Frage, lohnt sich die 82 Plus Geschichte, falls ihr ein separates Video dazu haben wollt schreibt es mir gerne rein in die YouTube Kommentare, lasst mich mit einem Like wissen wir gehen aber kurz hier die Preise einmal durch, ja Hardware kostet das ist ungefähr 120K, ist für mich wie gesagt so ein 50-50 Ding, schreibt gerne eure Meinung rein, wenn ihr eine andere habt oder auch die gleiche 82 Plus Player Pick sind einige sauer anscheinend Footbin 97%, bei 200 Votes gehen die Daumen hier runter Jungs das muss nicht reinziehen, das ist schon heftig das ist schon sehr heftig und wie gesagt, die 81er bis 87er Player Pick Geschichte ganz nice in Bezug auf Grinding aber, wir können mal gerade nochmal reinschauen warum, wenn wir eh in diesem Segment gar keine ziehen können 4 seltene sind es, nur 30 Team Schmie genau Gold, ist dann eigentlich auch schon ein bisschen too much und insofern, warum sie da ist ist auch erstmal die Frage dahingestellt Lones haben wir natürlich auch in Bezug auf die Icons heißt also auf Terrierie und Maradona da bin ich mal gespannt, was die Laikkarte von Maradona kostet Jungs Yashin Maradona 82er graded in Squad bei Maradona und bei Terry Orri auch 82er nee das ist schon heftig Jungs also 17. Segment sind einfach too much für Maradona also ich würde sagen Orri, Daumen hoch, Maradona, Daumen runter 50-50 Ding in Bezug auf Hattebor und die 82 Plus Playback SBC muss man sich überlegen also ich würde sagen wir sehen uns morgen wieder wenn ihr Bock habt ein separatendes Video morgen zu sehen morgen Mittag geben wir uns Bescheid lasst Liebe da und sonst gibt es halt wenn ihr Bock habt ein Doppel-Upload morgen sonst morgen Abend wieder wir sehen uns hoffentlich wieder lasst ein Abo da damit reingehauen bis zum nächsten Mal euer Flo von Archie Gaming ciao Leute bis zum nächsten Mal